Hallo Leute, ich hab eine kurze Nachricht für euch und zwar wird das Projekt Dark Souls wohl auf unbestimmte Zeit etwas verschoben, nicht weil ich keine Lust mehr auf das Spiel hab, nein, aber ich habe gerade 2 Stunden lang aufgenommen und nach ca. 10 Minuten ist mir das Spiel abgeschmiert und dann zeitgleich auch noch das Headset kaputt gegangen, man hört vielleicht, das Headset ist gerade nicht bei bester Qualität und das Mikro ist anscheinend im Eimer und auf jeden Fall habe ich 2 Stunden lang ohne meine Stimme aufgenommen und es ist so viel passiert in diesen 2 Stunden, dass ich ungern einfach irgend sowas auslassen würde oder nachkommentiere, weil nachkommentieren ist eh blöd, deswegen werde ich jetzt einfach irgendwann nochmal einen neuen Spielstand machen und da schnell bis zu dem Punkt spielen, in dem ich aufgehört habe, aber das wird sich eh noch verzögern, weil ich jetzt erstmal ein neues Headset brauche, das war es dann aber auch schon wieder, weil mehr schlechte Nachrichten gibt es gerade nicht, ich denke in 1-2 Monaten kann man schon wieder mit mir rechnen, wie sonst auch immer, wird sich zeigen, ich muss wie gesagt erstmal an ein Headset kommen und mit der Schule klarkommen, also man hört sich bis demnächst, auf Wiedersehen. jewelry interessiert du